Soldaten! Ihnen wurde ein wichtiger Einsatz anvertraut. Jede Gruppe hat ihre Aufgabe und Ihnen wurde nur gesagt, was Sie wissen müssen, um Erfolg zu haben. Vergessen Sie aber nicht, dass dieser Einsatz streng geheim ist und Sie nicht lebendig vom Feind gefangen genommen werden dürfen. Ich hoffe, Sie haben verstanden. Fragen? Dürfen wir Funk benutzen, nachdem wir die Ziele erobert haben? Nur im Notfall. Und auf einer verschlüsselten Frequenz. Falls wir auf starke feindliche Gegenangriffe stoßen, halten wir dann die Stellung oder treten wir den Rückzug an? Halten. Wie auch immer. Der Feind wird sehr wahrscheinlich keine effektive Gegenoffensive starten können. Genosse General, uns wurde zusammen mit unserer Ausrüstung ein Banner mitgegeben. Andererseits sollen wir all unsere Abzeichen entfernen. Nichts wird auf unsere Operation hindeuten. Erst nach dem Sieg und dem darauf folgenden Signal werden Sie die Banner über den eroberten Zielen hissen. Weitere Fragen? Nein, Genosse General. Dann viel Glück! Im Dicht der Rotter Linie! 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 Jetzt bin ich in echten von spinnendurchsetzten Katakomben. Und der Generalsekretär sieht ganz klar nicht nach der Oberspinne aus. Dieser Titel gebührt General Korbut. Ich würde zu gerne wissen, was er im Schilde führt. Was hat Lesnitzki ihm von D6 mitgebracht? Was wird die Feinde der Revolution vernichten? Lauter Fragen, keine Antworten. Eine Sache ist jedoch klar. Pavel hat Informationen über den Schwarzen. Was ihn zu meinem aktuellen Ziel macht. Was ist das? Das war's. 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 Wir sind keine Faschisten. Erschießen ist eine Sache. Aber wir können Leute doch nicht lebendig verbrennen. Wovon redest du? Leute? Erschießen? Bist du bescheuert? Meistest du denn? Meist du denn nicht die Flüchtlinge? Welche Flüchtlinge? Soll sich die Spezialangehaltung in die Gemeinschaft? Was? 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 Und erlern dich mit uns, zack zack, jawohl. Was? Irgendein Geräusch? Scheiße, der Klopfangeln macht sich bemerkbar. Scheiße, habe ich mir eine Fähne eingefangen oder was? Das gefällt mir ja gar nicht. Was? Scheint so... Hey, was zum Teufel war das? Jemand. Wer ist da, Teufel? Was für eine? Achtung! Was? Früß seine Granate, Kapitalist! Volle Dekum, komm! Ach! Achtung! Achtung! Ich bin die Krasse! Lass uns unter den Gaberaden retten! Mann verletzt! Verletzte! Stirb, du Scheiß! Scheiße! Ich bin getroffen! Verdammt! Scheiße! Scheiße! Jetzt lassen wir sie bezahlen! Ich bin nicht verletzt! Ich bin nicht verletzt! Ich bin nicht verletzt! Ich bin nicht verletzt! Suchen wir ihn! Entfangen Sie! Verdammt! Du entkommst uns nicht! Ich bin nicht verletzt! Ich bin nicht verletzt! Ich bin nicht verletzt! Ich bin nicht verletzt! Ich gebe es zu! dich ist nicht verletzend! Dassel ich lege, auch nicht! Auch die Scheiß... Das... Er, ich bin aus! Ich wird nicht verletzt! Das war's für heute. 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 Das war's für heute.